Am Stand von EduToys angekommen, steht jetzt nun der Herr Karl Werger neben mir. Guten Tag. Hallo, grüß Gott. Und im Hintergrund befindet sich schon das neueste Spielzeug, das neueste Kit. Worum geht es hierbei? Es geht darum, Spielzeug selbst zusammenzubauen. Einmal haben wir hier ein Tool, das schraubt, wird als Bohrmaschine sozusagen als Schrauber zusammengesetzt. Da bohre ich dann hier mit zusammen und setze die Teile ein und kann mir dann meine eigene Bastelstation, meine eigene Kreativitätsstation zusammenbauen. Und der Motor, haben Sie schon vorhin erzählt, wird dann auch sozusagen zum Motor für die ganze Spielstation. Den setze ich oben drauf und dann kann ich damit dann was laufen lassen und lasse die einzelnen Teile dann damit durch die Gegend fahren. Und da gibt es auch mehrere verschiedene Sets? Da gibt es verschiedene Sets, verschiedene Karussellformen, Autos, Geräte, die da mit gezeigt werden, ja. Im Endeffekt wird einfach nochmal näher dran gebracht, damit die Kinder auch ihr eigenes Spielzeug zusammenbauen und die Kreativität fördern, richtig? Genau, dann ist das nun Zweck der ganzen Sache, ja. Ja, dankeschön fürs Interview. Bitte.